Musik Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Der Joghurt ist fertig geworden und auch wenn es jetzt schon ein bisschen dunkel geworden ist, möchte ich ganz gerne den See hier noch leereimern. Gibt es eigentlich noch eine schnellere Methode? Ich glaube, aufladen geht hier nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier kann ich wirklich nur einen Eimer nach dem anderen da rausholen. Oh, ich glaube, ich falle gleich um. Ich mache jetzt trotzdem noch. Dann haben wir zwar wieder zwei Herzen weniger morgen. Aber wir haben noch einen Schatz gefunden. Ein abgenutztes Objekt und ein schweres Objekt. So. Gut, und dann können wir... Oh, wir haben Joghurt mit Silberstern. Ja, nice. Das ist doch mal sehr fein. Mayonnaise ist auch wieder supergut heute. Okay. Ähm... 215. Bis auf wie viel lässt sich das Gras eigentlich stacken? Das würde mich mal interessieren. Naja, werden wir schon auch noch erfahren. So. Jetzt wird wieder weiter Silber verarbeitet. Das ist schön. Dann haben wir das nämlich morgen auch soweit schon wieder fertig. Ähm... Oh, ich habe vergessen, das, äh, das, das, das Gras zu gießen hier. Und unsere, äh, Dings. War das eine Gurke oder war das eine Bohne? Ich glaube, das war, das war, ja, das waren Gurken. Boah, jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber auch hundemüde hier. Okay. Wir können vielleicht noch ein Bad nehmen. Dann können wir ja wieder ein bisschen, äh, was herstellen. Und... So, bitte einmal hier, so, zack, da. Wunderbar. Also, einmal eine Runde duschen, weil dann habe ich vielleicht für morgen wieder, oder habe ich jetzt genug Herzen, damit ich morgen wieder mit vollem Herzen in den Tag starte. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, guck. So. Oh, bis morgen, kleine Maus. Ach, sie ist so süß. Sie ist einfach so niedlich. Ich freue mich, noch andere Tiere aufzunehmen. Aber ich glaube, es gehen nur drei. Das ist ein bisschen schade. So, wir haben heute insgesamt 752 Gold eingenommen. Könnte mehr sein, aber gut. Heute war jetzt auch nicht so der überbombastische Tag. Ding, 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 ding. Und die Sonne scheint. Guten Morgen, Peach. Peach, auf geht's, raus geht's, Sonne tanken. Wie gerade bei uns. Und ich sitze hier drin und nehme auf. Naja, gut. Das ist zum Osterwochenende. Soll es jetzt dann schon wieder saug sein vom Wetter her. Es ist, es ist ja typisch, ne? Es ist einfach immer typisch. Unter der Woche, wenn man, wenn man, wenn man was tun muss, wenn man arbeiten muss, ähm, dann ist das Wetter super gut. Und dann, wenn man raus könnte, dann ist es nicht mehr so geil. Das ist echt absolut typisch. Naja, gucken wir einfach mal. Ich meine, klar, ich könnte auch jetzt raus. Ich kann mir die Zeit ja momentan einteilen, wie ich will. So lange, bis ich wieder ne, ne, äh, feste Anstellung hab. Aber trotzdem. Ich will jetzt vorbereiten für Ostern und das alles irgendwie hinbekommen. Und, ähm, kann ich eigentlich auch... Ne, schade. Das brauche ich dabei. Okay. Ähm, ich habe vergessen, die gestern rauszurufen. Kann das sein? Ne, doch nicht. Aber ich glaube, die Kuh habe ich nicht rausgeholt. Oh, aber die hatte noch Futter, zum Glück. Ähm, ja, aber es ist halt, ich möchte jetzt für Ostern vorarbeiten. Und an Ostern, ähm, werde ich definitiv mich nicht hier hinsetzen und Videos machen. Da möchte ich gerne dann mit Dennis und meiner Family zusammen sein, soweit es ja momentan geht. Ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Also von daher auch Milch in verringertem Maße als normal. Leider, leider. Aber dann will ich nicht hier sitzen und was tun. Wenn alle anderen frei haben. Slop. So, und heute muss ich hier auf jeden Fall... Also ich will ins Museum, aber ich will auch heute nochmal, ähm, Räume fällen. Äh, hier. Dann habe ich zwei große dabei. Ich weiß immer noch nicht gerade, was ich mit dem... Mit einem Lächeln, ein neuer Titel, was ich mit dem Harz mache. Was ist das für ein neuer Titel? Ach, hier. Das ist wahrscheinlich Pionierarbeit, oder? Oh, ich kann mir noch wieder hier, ich kann mir noch wieder Belohnungen abholen. Stimmt. Das hatte ich ja total vergessen, ja. Das hatte ich echt gestern total vergessen, als wir ins, äh, ins, ins, ähm, Rathaus gegangen sind. Oh. Den einen Platz habe ich jetzt wieder frei. Nein, oh nein. Und da oben kann ich direkt drei Bäume auf einmal fällen. Das ist super. Dann werde ich mich jetzt hier erstmal austoben. Und, äh, noch ein bisschen fällen. Also hier die Erdbeeren da, die kann ich nicht mitnehmen. Dafür reicht der Platz nicht in meinem Inventar. Jawohl, ja. Aber ich brauche so viel Zeugs noch. Also ich glaube, am wichtigsten wäre jetzt für mich, wenn ich mal noch ne, noch so ein Holzverarbeitungsding und noch so ein, äh, Erzverarbeitungsteil hole. Da ist wieder ein Minion. Aber die muss ich echt dringend mal noch einsetzen. Ich habe ja bislang kaum welche bei mir. So, komm, jetzt gehen wir erstmal eben zurück. Habe ich die Kuh schon rausgeläutet? Ja, habe ich. Ähm. Und gucken ins Museum. Genau. So. Sehr schön. Ja, und das dauert noch ein bisschen. Die Mayonnaise ist ja schon fertig, aber das ist mir jetzt gerade relativ egal. Die, äh, die können wir auch wann anders. Die können wir heute Abend noch in, äh, in, in des Dingens legen, wenn wir fertig sind ansonsten. So. Dann gehen wir erst ins Museum. Lassen erst die Sachen bestimmen. Gucken, ob wir dann vielleicht noch ein bisschen Platz bekommen haben. Und dann können wir vielleicht noch wenigstens ein paar der Belohnungen abholen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Hallo, Rainer. Was ist denn da drin? Eisenerz. Ja, super. Das ist ja, ist ja total toll und spannend. Aber es ist ja auch nur ein abgenutztes Objekt. Von daher, äh, was haben wir da noch mal Eisenerz? Und da wahrscheinlich noch mal Eisenerz drin, oder? Können wir ja gleich mal gucken, was in dem tollen, in der tollen Beutel drin war. Oh, da brauchen wir jetzt eine Dorfmedaille. Und was haben wir da drin, in dem schweren Objekt? Ambra. Was ist Ambra? Ein Schatz, der vermutlich im Magen eines Wals entstanden ist. Man kann es auf ein Buffet stellen oder einem Museum spenden. Aber man weiß, wo es war. Was du damit machst, liegt also an dir. Okay. Ähm. Könnte ich es jetzt also über sie spenden? Nee, nicht über sie. Hello. Schatz spenden. Ambra. Und dann könnte ich ja davon auch eine Replika anfordern, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Röms. Es sieht einfach nur aus wie ein kleiner Stein. Das hilft Olympien weiter. Ja, das ist doch schön. Wenn wir Olympien helfen können, bin ich doch halbwegs zufrieden. So. Was haben wir heute für eine Aufgabe? Oh, verflixt Harz. Für 200. Ja, da, da bringe ich doch gleich mal noch Harz vorbei, hätte ich gesagt. Oha. Da kriegen wir ein Ei. Tierfutter. Eine Bronze. Hier auch nochmal Bronze. Silber nehme ich auch nochmal mit. Hartholz. Ne, Bauholz war das nämlich mit. Was ist das? Ah. Mähe 10 mal Gras. Das ist für Fäden, um das herzustellen. Oh cool, und ich habe alles im Inventar unterbekommen. Super. Das ist doch mega cool. Jetzt muss ich nochmal schauen. Das ist jetzt was hier gewesen? Apfelsaft. Ich habe keine Ahnung, was es mir bringt, aber ich packe den vielleicht mal in den Kühlschrank. Und dann können wir ja gucken, wofür wir den dann mal irgendwann brauchen. Ich habe keine Ahnung, ob der uns vielleicht irgendwie Energie wiederherstellt. Nicht in den Hauch einer Ahnung. Prämiumfutter hier. Nice. Hartholz. Das ist das kleine Bauholz. Falsch. Ich habe X gedrückt, aber X ist... Das war mein X auf der Playstation. Das ist hier B. Okay. Also den Apfelsaft. Hallo Peach. Den Apfelsaft packe ich mal noch in den Kühlschrank, wenn das geht. Nee, doch geht. Und das Ei kommt dann noch in die Mayonnaise-Maschine. Stimmtidi. Ach so. Oh. Schön weiter Silber verarbeiten hier. Ähm... Jo. Ach, ich habe noch gar nicht die Blümchen gegossen hier. Ups. Ich bin schon wieder verpeilt. Aber ihr Lieben, für heute war es das auch schon wieder. Wenn ich mal gerade auf meine Uhr gucke. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir werden morgen hier noch ein bisschen uns um die Farm kümmern weiter. Äh, was wollte ich noch machen? Hier kann ich noch was ernten. Da kann ich noch Gurken ernten. Ich muss hier noch, äh, gießen. Die Erdbeeren, die werden schon langsam grün. Also es kann auch nicht mehr lang dauern. Ähm, bis die dann soweit sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei sein würdet. Also macht's gut und bis dahin. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017